naja so es ist ein skandal einerseits ich möchte euch aber auch ein großes danke aussprechen ich habe zum schluss eine bitte und eine frage mir war gestern am 8 2 der kragen geplatzt und ich habe in der letzten nacht auch ziemlich schlecht geschlafen warum naja ihr seht ja schon wahrscheinlich lest ihr das nebenbei gerade ich habe eine lehrbefähigung in ganz normaler staatlich anerkannter mathe und physik lehrer anerkannt wegen meiner vielen 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 jahre praxis und ja mit dieser lehrbefähigung habe ich mich dann in niedersachsen beworben weil ich wieder nach hause wollte und hier weiter unterrichten möchte und das ging alles eigentlich mit versetzung es war auch alles okay ja anfangs aber plötzlich weigerte sich die niedersächsische landesschulbehörde mit allerlei fadenscheinigen begründungen und ja dann mich einzustellen letzte begründung war ja ihre lehrbefähigung ist ungültig die es aus mecklenburg-vorpommern das ist da anders eine frage mal nebenbei sind die mecklenburger alle dümmer als die niedersachsen also naja hier werden lehrer genauso dringend gesucht gerade in mathe und physik naja ein hin und ein her und ein schreiben und noch ein schreiben und noch ein schreiben mit den behörden es war alles erfolglos das hat nicht geholfen jetzt mittlerweile führe ich ein prozess auf anerkennung meiner lehrbefähigung vor dem verwaltungsgericht in lüneburg aber leider das dauert ewig ewig heißt anderthalb jahre ungefähr und so lange will ich hier nicht zu hause sitzen und däumchen drehen ja dann habe ich mir ein plakat gemacht das ist der inhalt hier wie man sieht und mit dem plakat dann habe ich mich erst vor das kultusministerium gestellt in hannover und dann als das nicht geholfen hat das war schon ein monat her als es nicht geholfen hat habe ich mich gestern vor den landtag gestellt also am 8.2 2018 die hannoversche allgemeine berichtete und wahrscheinlich kommen noch einige berichte hinterher müssen wir mal sehen und jetzt erst mal ein großes danke an euch schaut mal hier wenn ich dann solche kommentare habe das waren bei 523 kommentare bei beim thema gleichung lösen zum beispiel ihr könnt es ja selber lesen also wenn ich solche kommentare bekommen dann freue ich mich natürlich aber naja und das ist aber nicht bei allen menschen gern gesehen es gibt da kollegen die fanden das nicht so gut welche dreistigkeit seinen eigenen unterricht auf youtube zu veröffentlichen musste ich mir anhören und alle solche dinge dann wurde es mir mal verboten ich habe darüber schon berichtet in meinem danke als ich eine millionen zugriffe dann endlich mal hatte und 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 ja gut also noch mal danke an euch auch zu diesen kommentaren und so weiter und für eure unterstützung und dass ihr meinen kanal abonniert habt und so weiter obwohl es mir darauf gar nicht ankam denn ursprünglich hatte ich ja die videos nur für meine schüler gemacht damit die zu hause nach studieren konnten dass ich das dann so entwickelt hat ist eine ganz andere sache allerdings bin ich kein großer youtuber mit diesen 9000 abonnenten aber immerhin aber ich möchte auch ein großes danke an die hannoverse allgemeine zeitung sagen das ist ein foto vom artikel und nicht nur das dann kam der artikel selber ich werde einen link unten anbringen zu dem artikel selber also ich gehe mal hier ein bisschen weiter ihr könnt ihn vielleicht mit anhalten dann auch lesen so das war dann die zweite oder besser gesagt das ist alles eine seite aber ich musste das ein bisschen teilen und dann kommt hier noch was das hat frau saskia döner geschrieben gestern veröffentlicht gestern abend ja es gab schon ein riesengroßes medien echo und echo auf allen möglichen kanälen und facebook und co und so weiter und whatsapp und viele glückwünsche ich habe mich darüber auch sehr gefreut und naja aber wie gesagt unten in der beschreibung des videos werde ich den link dann dazu direkt veröffentlichen und ich bitte euch jetzt in diesem fall jetzt kommt meine bitte teilt diesen artikel weil das ist ein skandal und ich bin gern lehrer und ich möchte hier weiter arbeiten das ist die ein der eine grund und die bitte hat noch einen anderen grund in niedersachsen fehlen viel zu viele lehrer gerade in mathe und physik und ich glaube so schlecht bin ich nicht also naja es würde den schülern wahrscheinlich hier auch helfen und jetzt meine frage und da richtig zur diskussion an bin ich eigentlich unverschämt so wie manche kollegen sagen weil ich gern lehrer bin lasst uns darüber diskutieren ich bin gespannt auf eure reaktionen und schließt das video jetzt erstmal ab na denn bin ziemlich aufgewühlt muss ich sagen okay ich wünsche euch alles gute egal ob ihr nun was ihr macht aber ich hoffe ihr lernt weiterhin schön und versteht es und verstehen es schön na denn nochmals alles gute